Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu NitroSpeed brennender Asphalt und jetzt wird es richtig interessant hier. Sechs Strecken, A2 Runden, fünf Gegner. Ich fahre natürlich mein Ferrari jetzt, ist klar, ne? Schön abräumen hier. 3, 2, 1, los! Jetzt wird es wieder einfacher, glaube ich, weil BMW, Porsche, Corvette, muss ich mit dem Ferrari eigentlich packen hier, oder? Ja, Pontiac Firebird sowieso mit Erden da gemacht. Geil. Das wird ja jetzt easy going hier, war. Ist auch gut. Erst zieht der Schwierigkeitsgrad enorm an und dann lässt er wieder nach. Na gut. Andererseits habe ich den Wagen hier noch nicht so geübt auf diesen Strecken. Da kann mir auch Mist passieren innerhalb von zwei Runden. Schauen wir mal. Ja. 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 Genau. Ja. 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 da dürfte nämlich schon langsam anfangen hier und dort zu hüpfen wo die anderen wagen noch nicht gehüpft sind ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 3, 2, 1, los! 5, 2, 1, los! Kuzak. Ja, der zieht aber ganz gut weg hier der Porsche, macht dann das. Ich habe die Strecke in diese Richtung nicht so drauf oder der ist hier irgendwie im Vorurteil. Da konnte er mich einfach nur gut ausbremsen, eben einmal da beim Hochfahren. Mal gucken. Mal gucken. Ne, der kommt schon wieder. Oh. Ne, der kommt schon wieder. Dennis hat da keine Chance. Schön durchgezogen hier. So, eine Runde geht noch. Da ist ein Kopf. Drei, zwei, eins, los. 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 Musik 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 Was auch sonst ne Was auch sonst Musik 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 iking Hau da rein.